Doch das Schicksal hält einige Überraschungen bereit. California Clan jetzt bei RTL. Und dann winkte er ihr bis zur Bewusstlosigkeit zu, damit sie seine hübsche Begleiterin sieht. Ja, genau. Dann ist sie aufgestanden und zu dem Tisch der beiden gegangen und hat ihm den Champagner ins Gesicht geschüttet. Was tust du da? Ich? Wieso? Ich mach doch gar nichts. Doch, doch, du amüsierst dich. Nein, das stimmt nicht. Doch, das tust du und das ist nicht witzig. Das behaupte ich doch gar nicht. Hör mal, du hast eine wahre Freude daran, dass ich so einen blöden Einfall hatte. Ich meine, vorher sollte ich wissen, dass Dad gleich, nachdem ich ihm Jamie vorgestellt hatte, wie verrückt mit dir flirtet. Wieso macht er das? Wieso denn nicht? Was? Du musst dich an Tatsachen halten. Dein Vater bringt dein Ego mit auf die Waage, dass etwas so groß ist wie der Grand Cam. Ja, aber würdest du mir eine Frage beantworten? Wieso müssen sich alle Männer wie Säuglinge verhalten? Nun mach mal einen Punkt, ja? Ich hab festgestellt, dass Vertreter des anderen Geschlechts hier und da auch recht kindisch sind. Da gibt's welche, die sollen durchaus die gute Fee spielen und ihre Eltern wieder zusammenzaubern und zwar ohne, dass ich's lachen. Danke, dass du mich 30 Sekunden lang mit deinem berühmten, das wusste ich, vorher verschwunden hast. Dann hast du zu spät. Im Ernst, ich meine, wie kommt das, dass du dich so bremst? Hast du gewusst, dass ich meiner Mutter so ähnlich bin? Hab ich nicht gewusst, wie ähnlich bist du ihr? Würdest du mir bitte ein volles Glas geben? Troste mir etwa. Das würde ich nicht machen. Aber ja, da hast du euch. Borde mich nicht heraus, wenn du nichts in der Hand hast. Oder willst du einen Kipfelwettbewerb starten? Ein Glück, es klingelt. Mit der Einfachheit halber solltest du ans Telefon gehen. Vielleicht ruft dein Vater an, der dir für den wundervollen Abend danken will. Du willst es herausfordern? Ich geh ran. Ja? Rick, was gibt's? Die Blues? Du meinst die Umweltschutzgruppe? Was für Drohungen. Ich muss wissen, wann die Kundgebung stattfindet. Na wunderbar. Ich freue mich wirklich auf diesen Bärschnickels. Er wird auch sprechen, oder? Gut, weißt du, ich kenne ihn vom Fernsehen hier. Und meine Freunde meinen nur, wer ihn persönlich kennt, weiß ihn zu würdigen. Okay, dann komme ich etwas früher. Ja, ich freue mich. Bis dann. Hey, Stark. Ich wusste gar nicht, dass du sowas hast. Und jede Menge. In früheren Jahren bin ich immer so rumgelaufen. Oh, in Paris, stimmt's? Ja, in Paris. Gut gemerkt. Du hast mir nie erzählt, welchen Job du dort hattest. Ich kann dir versichern, die Arbeit war nicht so interessant wie die für deinen Vater. Jedenfalls kann ich's immer noch nicht glauben, dass ich aus dieser schmuddigen Bar raus bin. Was wäre ich denn für eine Tochter, wenn ich auf meinen alten Herrn nicht etwas Einfluss hätte? Und er hat dir den Job nicht nur gegeben, um mir eine Freude zu machen. Ich meine, du warst schließlich alleine bei diesem Vorstellungsgespräch. Und soweit ich das verstanden habe, wurdest du sehr hoch bewertet. Du musst mir dafür nicht danken. Vielleicht bestehe ich sogar darauf. Okay. Für einen kurzen Augenblick habe ich gedacht, Horny betrifft sie mit einem Börsenmakler. Jetzt bin ich beruhigt, Rick. Seit wann sind da, wo Sie arbeiten, Schlips und Kragen vorgeschrieben? Gestatten Sie mir, sie zu berichtigen, das gehört der Vergangenheit. Gestern Abend habe ich dem Manager gesagt, dass er mich gern haben kann und sich einen anderen suchen soll. Herzlichen Glückwunsch. Dann nehmen Sie hoffentlich diesen Job an. Welchen Job? Greta erwähnte neulich, dass sie mit ihrem Tagesbarkeeper nicht zufrieden ist. Oh, es tut mir so leid, dass ich dir jetzt vielleicht das Herz brechen muss, aber Rick steht nicht mehr hinterm Tresen. Er hat einen Job bei deinem Mann. Ja, aber vorläufig soll ich darüber nicht reden. Greta, ich bin überrascht, dass er dir nichts davon erzählt hat. Ich dachte, mein Vater sagt dir alles. Sehr schick. Naja, so als Trauerkleidung. Ach, Unsinn, Quinn. Robert kleidet sich äußerst geschmackvoll. Das findet GQ übrigens auch. GQ? Wer ist das? Nicht wer, was? Das ist ein Magazin. Ja, ich kenne dieses Magazin. Offensichtlich verlieren wir unseren Sinn für Humor, hä? Tut mir leid. Ich bin heute Morgen ein wenig nervös. Wieso denn? Ich glaube, ich habe dir gerade eine Frage gestellt, nicht wahr? Ja, ja, ich will nur nicht, dass wir irgendwas überstehen. Was heißt wir? Du hast heute Morgen überhaupt nichts zu tun, Liebes. Bleib hier und kauern deinen hübschen kleinen Fingernägeln. Ich werde mich jetzt in die Hülle des Löwenwagen und einiges riskieren, hä? Du gleichst ihm aufs Haar. Und solange du so wenig wie möglich sagst, kann gar nichts passieren. Ach, du schreibst mir vor, was ich sagen soll, oder sehe ich das falsch? Quinn, man kann nicht vorsichtig genug sein. Robert Barr hat sein Imperium nicht durch Vorsicht aufgebaut. Er wusste, ohne den Glauben an sich selbst wäre er erledigt. Zumindest in dem Punkt gebe ich diesem Bastard vielleicht recht. Robert, dauern Stürme hier oben nicht ein paar Tage? Lass uns nicht gleich das Schlimmste annehmen, okay? Einer von uns müsste irgendwann nachsehen, ob wir vielleicht in der Nähe einer Ortschaft sind. Warum denn irgendwann? Ich gehe sofort. Nein, das hat augenblicklich gar keinen Zweck. Es ist zwar Tag, aber durch den Sturm stockfinster. Es kann auch schlechter werden. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Ich kann es also auch gleich versuchen. Wir sollten wenigstens knobeln. Früher haben wir immer den Müll zu hoch. Wir gehen zum Sport. Und wenn dir was zustößt, wer fliegt an die Maschine? Na schön, aber bleib auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde. Allenfalls 40 Minuten, klar? Hier, nimm die Lampen mit und markier den Weg, damit du zurückfindest. In Ordnung. Ich meine es wirklich ernst. Falls du länger bleiben solltest, müsste ich dich suchen und dann wäre Kelly hier allein. Und das fänden wir beide nicht so gut, oder? Nein. Sehr vorsichtig. Bitte pass auf dich auf, ja? Ich komme wieder. Ganz ruhig. Ihm passiert nichts. Ich komme wieder. Am besten schicken Sie zwei Uniformierte rüber, die die Aussagen protokollieren. Ich werde bald im Büro sein, dann können Sie mir Bericht erstatten. Okay. Also bis nachher. Geht es um die Blues? Haben die die Absicht, die Demo von der Chemiefabrik anzuführen? Ja, das werden sie. Und das passt jemandem absolut nicht. Der hat in ihrem hiesigen Büro angerufen und damit gedroht, entweder sie lassen es oder es kracht. Denkst du, das war ernst? Keine Ahnung. Vielleicht rufe ich Daddy an. Es ist seine Firma. Ja, das fände ich etwas voreilig. Wir kümmern uns darum. Aber vielleicht sollte ich diese Geschichte an den Sender weitergeben. Für die wäre das ein gefundenes Fressen. Mhm. Mhm. Wenn du meinst. Aber andererseits ist mir eigentlich noch gar nicht wieder nach Arbeit. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch noch keine Lust auf Arbeit. Ich hasse den Gedanken wie die Pest. Ich habe das Gefühl, wir müssen unsere Termine besser aufeinander abstimmen. Denn dass wir uns nur noch im Bad beim Zähneputzen zusehen, ist nicht das Wahre. Tja, so ist das, wenn beide arbeiten. Aber ich finde, dass wir etwas dagegen machen müssten. Selbst wenn wir beide im Beruf erfolgreich sind, dürfte anderes nicht hinten angestellt werden. Ich meine, wir brauchen ab und zu auch ein wenig Zeit für uns und für die Kinder. Was man nicht schriftlich festlegt, wird gewöhnlich nichts. Und was schlägst du vor? Eine Art Buchführung für unser Familienleben? Ja. Wäre vielleicht eine Idee. Und die Verabredungen, die wir treffen, fallen höchstens im Todesfall aus. Nichts dagegen einzuwenden. Das ist vermutlich eine gute Idee. Also gut. Und wenn es dir recht ist, fangen wir sofort damit an. Es ist halb elf. Was würdest du davon halten, wenn wir jetzt gleich einen persönlichen Augenblick zwischen uns eintragen? Ja. Passt es dir? Eine Minute nachhalb. Klingt sehr gut. Okay. Warte. Es ist 10.31 Uhr. Ja. Hallo. Hallo. Daran könnte ich mich gewöhnen. Du bist sehr leicht zufriedenzustellen. Ich liebe dich. Willst du zum Mittagessen zurück? Das wird wohl etwas davon abhängen, wie lange wir brauchen werden, um das Problem mit den Blues in den Griff zu kriegen. Als die anfingen, waren die nichts weiter als eine Wald- und Wiesengruppe. Daraus wurde im Laufe der Jahre ein Konzern. Sie haben mittlerweile genug politischen Einfluss, um Drohungen auszusprechen. Sowas erstaunlich. Ja, seit dieser neue Typ die Führung übernahm, ging es Schlag auf Schlag. Wie heißt der nochmal? Dash. Dash. Nikos. Nikos. Der war in diesem Jahr öfter auf Titelseiten zu finden, als Boris Yeltsin, nicht wahr? Nun, er ist eine Persönlichkeit mit sehr viel Ausstrahlung. Ich habe mir für unseren Beitrag zum Tag der Erde ein paar Videos von ihm angesehen. Geh nicht weg. Verlass mich nicht. Du bleibst nicht allein. Deine Mutter kommt doch vorbei. Du wirst mir fehlen. Sie warst ganz bestimmt, dass du nur helfen wolltest. Nein, das weiß sie nicht. Sie wird mich dafür hassen. Nicht, wenn du dir immer vor Augen hältst, dass dieses Problem nur von zwei Menschen gelöst werden kann. Und in dem Fall sind es deine Mutter und dein Vater. Ich gehe ja schon. Ich liebe dich. Ich versuche mich bemerkbar zu machen, damit uns jemand hilft. Wie sollte uns hier wohl jemand helfen? Wir wissen ja nicht mal, wo wir sind. Macht mir leid. Wie lange ist das wohl her? Ist was her? Seit wann ist Craig weg? Bestimmt schon über eine Dreiviertelstunde. Nein, ungefähr eine halbe Stunde. Mach dir keine Sorgen. Ich passe schon auf. Gehst du wirklich raus, um ihn zu suchen, wenn er nicht pünktlich kommt? Ja, das habe ich doch gesagt, ne? Ich weiß, was du gesagt hast. Ich habe zwar meine Probleme mit Craig, aber ich werde ihn nicht sterben lassen, nur damit ich dich für mich allein habe. Tut mir leid. Ich... Ich dachte nur, weil es so windig geworden ist. Keiner von uns weiß, ob er zurückfinden kann. Man sieht ja kaum noch etwas. Da ist er schon. Craig! Komm her. Weißt du, was du entdeckt? Okay? Hier. Ach, danke. Wenn ich nicht irre, habe ich Lichter gesehen. Was für Lichter? Ich bin nicht sicher. Ich konnte Leuchtkugeln abfeuern. Und dann waren die Lichter plötzlich weg. War das ein Fahrzeug? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Es schneit wieder heftiger. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Nein, ich glaube, du hast dir nichts eingebildet. Ja, ich glaube, du bist hier. Ja, ich bleibe aber nicht lange. Ich muss zu meinem Boss. Hey, Ricky, warte doch mal. Was willst du von mir? Was hast du schon wieder auf Lager? Soll ich den Rest meines Lebens in Dambartracen verbringen, während mir all diese Leute ihre Schnapsfahnen ins Gesicht blasen und mich ständig mit ihren Sorgen vollnölen? Das halte ich nicht mehr aus, Mann! Hey, warte, warte, warte. Ich war von Anfang an gegen diese Bar. Wovon redest du überhaupt? Wieso hast du eigentlich nicht schon viel früher das Handtuch gewirft? Und? Was kommt jetzt? Du willst doch bestimmt noch sagen, Hauptsache, es war eine ehrliche Arbeit. Es war ehrliche Arbeit. Ja, es war ehrliche Arbeit. Und es gibt eine Menge andere vernünftige Jobs. Also, falls du einen gefunden hast, freue ich mich auch richtig für dich, Mann. Wieso fällt es dir so schwer, das von mir zu hören? Was meinst du mit falls? Falls ich einen Job habe. Warum denn falls, Herrgott? Und wieso nicht gleich das? Als du erfuhrst, wie sehr ich mich freue, einen neuen Job gefunden zu haben, wurdest du misstrauisch. Und jetzt erwartest du von mir, dass ich alles vermassle. Ich weiß, dass es so ist. Das sieht man dir an. Wenn jemand was erwartet, bist du es. Du wartest auf eine Belehrung. Und das verstehe ich sogar. Aber die findet nicht statt. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, Mann. Ich hab Augen. Ich hab beobachtet, wie du dich dieses Jahr verändert hast. Du hast dich mächtig verändert. Du hast Verbindungen zu vielen anderen Leuten aufgebaut. Und jetzt hast du einen neuen Job. Ich hoffe, er bringt dich weiter. Ich glaub, du hast schon viel Bemerkenswertes geleistet. Tut mir leid, wenn du aufgrund meines Verhaltens das Gegenteil glauben musstest. Okay. Vielleicht hab ich auch etwas vorschnell reagiert. Tut mir leid. Ja, mir auch. Das klingt vielleicht albern, aber offenbar hab ich irgendwas an mir, das Probleme magnetisch anzieht. Versuch doch mal, das abzustellen. Mach ich ja. Das heißt, ich werde es tun. Und Kuss. Ich würde dir liebend gern mehr über diesen Job sagen. Das ist die Wahrheit. Ich wünschte, ich könnte es. Aber die Sache ist die, dass ich noch gar nicht richtig anfangen konnte. Und daher weiß ich auch nicht, was mich so alles erwartet. Ja, vielleicht bist du heute Nachmittag schlauer, wenn du dich mit deinem Boss getroffen hast. Ja. Verzeih bitte meine Frage, aber wozu brauchst du Infos von der Blue Sky Green? Wieso? Keine Ahnung. Ach, das hat jemand vergessen. Ich hab's aufgehoben. Ich verstehe übrigens. Ich habe das nur erwähnt, weil heute diese Kundgebung sein soll. Man hat uns auf dem Revier auf mögliche Schwierigkeiten hingewiesen. Was meinst du damit? Was für Schwierigkeiten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du siehst wirklich toll aus. Ja? Ja, ich muss los. War schön, dich wiederzusehen. Das finde ich auch. Und vielen Dank, dass du hier warst und dass du das gesagt hast. Meine ich ganz ehrlich. Bevor ich gehe, sollte ich vielleicht noch etwas erwähnen. Was denn? Ach, verstehe. Es geht wieder los. Nein, nein, nein. Es gibt nur noch eine Krawatte. Was soll denn damit sein? Sie sitzt schief. Sei bloß nicht so melodramatisch, Leiner. Das war nur eine feste... Dass deine Träume sich in Luft aufgelöst haben, Herrgott, nochmal. Dir fehlen nur noch heulende Klageweiber im Hintergrund. Vielen Dank. Das nächste Mal behalte ich meine Gefühle durch. Ich frage mich, was du erwartest. So wie du das hinstellst, gehen deine furchtbaren Enttäuschungen voll auf meinen Kopf. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, meine Erwartungen waren... Oh, nein, nein. Ich sehe, wie du mich anschaust. Besonders, wenn Leighton da ist. Ihr habt ein stilles Einvernehmen, nämlich... Dass niemand außer mir dafür verantwortlich ist, wenn wir nicht die glückliche amerikanische Bilderbuchfamilie sind. Ich stelle nur fest, du bist zu streng zu leben. Ich erwarte ja nicht, dass du dich in jeden Jungen, den sie mitbringt, verliehen sollst. Aber bleib wenigstens objektiv. Du hast dich über Hamado aufgeregt, bevor du ihn überhaupt kanntest. Lühr sofort damit auf. Du scheinst wohl zu vergessen, dass Leighton schon mehr als einmal Pech mit Männern hatte. Sie ist impulsiv und unpraktisch. Ihre letzten zwei oder drei Flots endeten damit, dass sie traurig und allein war. Das hat mir das Herz gebrochen, weil sie so empfindlich ist. Du hast es nicht gesehen, Leighton, weil du nicht da warst. Nein, du müsstest dich ja irgendwo umtreiben. Während ich mit ihr in New York beim Psychiater war, um ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Nichts ist okay. Es geht mir darum, in dieser Situation nicht als Spielverderber dazustehen. Ich bin es nicht gewesen, die diese Wahnsinns-Idee hatte und das komisch fand, vorzugeben, tot zu sein. Und dann irgendwann wieder aufzutauchen, als Zwergerl wissend. Man wird dir endlich klarlegen, dass beides zugleich leider nicht möglich ist. Ihr Name ist Jamie Lawrence. Sie arbeitet in Cruise Dienststelle als Psychiaterin. Er ist damals zu ihr gegangen. Ich habe dir mal von ihr erzählt, das war als... Ja, 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 ich erinnere mich lieber. Sie ist eine nette Person und als ich sie in Cruise Büro traf, dachte ich, ich lade sie mal zum Dinner ein. Das war alles. Anspontan? Ja. Also nicht so ganz, Mama. Nein, nicht so ganz, Mama. Nein. Nein, sondern weil du gehofft hast, dass ich eifersüchtig werde, wenn ich deinen Vater mit einer attraktiven Frau sehe. Und dass sich dann vielleicht die alten Gefühle wieder einstellen. Habe ich recht? Ich dachte, ein bisschen Eifersucht würde dir guttun, weil... Naja, jedenfalls hatte ich nicht erwartet, dass daraus eine Rauferei wird. Es war keine Rauferei. Dein Vater hat mir Champagner geschickt, den habe ich ihm ins Gesicht geschüttet und das war's. Ja, aber... So wie er sich benommen hat, hätte ich ihn bewusst los schlagen sollen. Aber Mama, es gibt nur einen Grund dafür, dass er sich so idiotisch verhalten hat. Er wollte unbedingt deine Aufmerksamkeit erwähnen. Ich meine, diese Frau war ihm doch gerade erst begegnet. Ach, das macht diese ganze Geschichte auch nicht besser, Eden. Doch, das ist ganz was anderes. Mama, das ist ein Unterschied. Eure Gefühle füreinander sind sehr leidenschaftlich. Ich meine, wenn Daddy sich so unglaublich aufregnen kann... Und wenn dein Vater sich noch so aufregt, werden mich keine zehn Pferde zu ihm zurückbringen. Mama, hör bitte auf. Ich weiß, dass ihr zwei wieder zusammenkommen werdet, weil ihr einfach zueinander gehört. Und eins weiß ich auch, ich muss mich aus der Geschichte raushalten. Nein, Eden, daraus wird nichts werden. Ich dachte es zwar, aber gestern hat es mir gereicht. Mama, ich gebe die Hoffnung endlich auf und streite dich nicht weiter mit mir herum. Übrigens hast du kürzlich gesagt, du kümmerst dich nicht mehr um die Sorgen der anderen Familienmitglieder. Wir können sehr gut auf uns selbst achten. Nochmals vielen Dank. Na wunderbar. Dann durfte sich meine Frage in Bezug auf Kelly ja wohl erüben. Welche Frage? Ich habe mit Sarita gesprochen und sie sagte, dass Robert Barr im Haus gewesen ist. Und da dachte ich, dass er wieder zu Kelly zurück möchte. Aber sie geht ihm doch aus dem Weg, oder? Ja, vielleicht würde sie aber anders darüber denken, wenn sie etwas von dem Brief wüsste und ihm dann eine zweite Chance gibt. Ich glaube, er verdient keine zweite Chance. Ich weiß nicht. Möglicherweise doch. Mama, ich denke ständig an seinen Brief. Diese Sache beschäftigt mich. Ich finde, Kelly sollte den Brief erst mal lesen und dann entscheiden, was sie tun will. Ich hoffe, Sie mögen Minze im Tee. Unsere ganze Veranda ist voll davon. Das Zeug überwuchert alles, wenn man nicht aufpasst. Also ist der Garten wohl eine kleine Leidenschaft von Ihnen? Nein, nicht unbedingt. Dafür ist meine Frau zuständig. Meine Frau, oder nein, vielmehr meine Ex-Frau. Sophia, das ist die Lady, die Sie hier und da in Champagner taucht. Ja, tut mir leid, dass Sie das gesehen haben. Sicher bedauert Sie das inzwischen. Hören Sie, ich habe Sie nicht eingeladen, um über Sophia zu reden. Nein, natürlich nicht. Aber Sie hoffen selbstverständlich, dass Sophia davon erfahren wird. Stimmt's? Mr. Burr, schön, Sie mal wiederzusehen. Ganz meinerseits. Wie lange ist es her? Ein Jahr? Ein Jahr? So lange waren Sie ganz bestimmt nicht mehr persönlich hier und Ihre, ähm, Miss Renfield kümmert sich doch für gewöhnlich um alles, was täglich anfällt. Ja, Sie hatte heute nur etwas mehr zu tun als sonst üblich und da ich unterwegs zu einer Verabredung war, dachte ich, was so ist. Das ist okay. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Einen Kaffee wäre wunderbar. Vielen Dank. Hier, bitte. Danke. Haben Sie vielleicht etwas Zucker? 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 Für den Kaffee, ja. Wirklich, Mr. Burr. Sie stecken heute voller Überraschungen. Sie haben mich mal ziemlich ausführlich darüber aufgeklärt, wie schädlich Zucker für meine Gesundheit sei. Ihre Argumente haben mich damals derart überzeugt, dass ich meinen Kaffee seither schwarz trinke. Wann sind Sie wieder davon abgekommen? Nun, ich bin nicht ganz davon abgekommen. Ich versuche auch jetzt noch immer, Zucker zu vermeiden, aber ich, ähm, ich nehme zurzeit Medikamente ein. Die machen mich derart schläfrig und daher, ähm, ist ein bisschen Zucker, vor allem in den Morgenstunden, unerlässlich für den Kreislauf natürlich noch vorübergehend. Bitte sagen Sie es nicht weiter. Mein Ruf als Purist wäre nie wieder herzustellen. Ich werde Ihr Geheimnis wahren. Und, äh, was können wir für Sie tun? Ich meine, wollen Sie ein Depot anlegen? Im Gegenteil. Ich wollte abheben. Und zwar 1000 Dollar. Bitte sehr. Sie müssen nur ausfüllen und unterschreiben. Ich werde es dann für Sie zur Kasse bringen. Okay. Hier, bitte. Alles klar. Ich werde es jetzt noch, äh, in den Computer eingeben. Ich werde es jetzt für Sie zur Kasse bringen. Danke. Ich komme gleich wieder. Manos arriba! Die de que están arrestados! Hände hoch, wir sind da. Quierrense! Quierrense! Sie haben irgendwas über Drogen. Die glauben, wir haben Drogen. Wer bei dem, wer da startet, hat etwas zu verstecken oder ist auf der Flucht. Robert sagt Ihnen, Sie haben die Falschen erwischt. Señores, so creo que se trata de un malentendido. Donde están los pabellos? Quierrense! Zeigt eure Pässe, Sie wollen die Pässe sehen. Quierrense! 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 Productions! Also das sagt mir offengestanden nichts. Oh, wir sitzen in Europa. Wir drehen eine Fernsehdokumentation über Amerika in den 90ern. Und wie ich bereits am Telefon erwähnte, habe ich bereits mit mehreren Mitgliedern Ihrer berühmten Familie gesprochen. Ja, das sagten Sie. Wann war das? Vor ein paar Wochen. Erst habe ich Ihre Schwester interviewt, dann Ihren Vater, ein fabelhafter Mann, muss ich sagen. Obwohl er mich vor Gericht bringen wollte, weil ich sein Anwesen gefilmt habe. Es ist mir gelungen, ihn zu überzeugen, dass er davon profitieren wird. Ja, wissen Sie, ich fürchte, ich habe zu wenig Zeit für Sie. Ich wollte nämlich gerade mit den Kindern zum Spielplatz gehen. Ich werde Sie ganz bestimmt nicht aufhalten, aber hätten Sie vielleicht ein paar Informationen für mich? Okay, über meinen Vater oder über wen? Robert Barr. Robert Barr. Ja, wir wollen auch über ihn berichten und zwar ziemlich umfangreich. Es trifft doch zu, dass Sie im vergangenen Jahr sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Und zwar während der Zeit, als Capwell Industries von Mr. Barr übernommen wurde. Tja, wissen Sie, das war eine ziemlich unerfreuliche Zeit für unsere Unternehmen und ich will nicht weiter darauf eingehen. Mehr private oder geschäftliche Gründe? Miss London, das ist nun wirklich etwas, das nur... Ich werde es ablehnen, darauf zu antworten, ja? Verzeihung, das war mein Fehler. Ich dachte, weil Sie ebenfalls Journalistin sind, wären Sie meinen Fragen gegenüber aufgeschlossen und gäbe mir eine Chance. Anscheinend nicht. Worauf wollen Sie hinaus? Man kommt ziemlich schwer an Robert Barr ran. Er ist zurückhaltend und redet kaum über sich. Tja. Und umso weniger bin ich bereit, Dinge auszuplaudern, über die er nicht redet. Verstehen Sie mich nicht falsch, es geht hier nicht um irgendwelche Skandale, nur ein klein wenig persönlich sollte es schon sein oder vielleicht etwas aus seiner Kindheit. Und wie kommen Sie bitte zu der Annahme, ich wüsste Kindergeschichten von Robert Barr? Geboren und aufgewachsen ist er meines Wissens auf der Insel Las Sirenas. Mehr weiß ich auch nicht. Aber vielleicht packe ich das falsch an. Was meinen Sie? Wäre es vielleicht besser, wenn ich mal seine Eltern aufsuche, falls sie noch dort wohnen? Ich weiß nicht. Die Eltern? Ja, jeder Mensch hat Mutter und Vater und die müssen ja auch irgendwo sein. Warten Sie mal. Sie sind tot, nicht wahr? Hören Sie, Miss London, ich muss Sie jetzt wirklich auffordern zu gehen. Wären Sie so freundlich, mir wenigstens das zu bestätigen? Sicher steckt kein Geheimnis dahinter, aber ich bin überzeugt, Sie werden verstehen, warum Robert Barr nicht darüber redet. Ja, ja. Es ist bestimmt schmerzhaft für ihn. Hören Sie, ich werde Sie nie wieder belästigen, Mrs. Castillo. Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben. Schon gut. Wie ist es bei dir gelaufen? Es war toll. Ich muss sagen, ich würde auch nicht lange brauchen, bis ich mich daran gewöhnt hätte. Wir waren am Oberdeck von seiner Jacht und weht von einer sanften Brise. Fantastisch, sag ich dir. Dein Vater versteht das Geschäft, den Vergnügen zu kombinieren. Er ist sehr gern auf dem Wasser. Den halben Tag sitzt er da und beobachtet die Möwen. Ja, habe ich gemerkt. Ja, so eine Art Hobby. Ich habe das Fernglas an der Bordwand hängen sehen, aber er scheint nicht der typische Vogelfreund zu sein. Er ist hart, sogar verdammt hart. Wir werden es gut verstehen. Suchst du mich? Nein. Ach, wieso bist du dann hier? Ganz einfach. Mir schmecken eure Drinks. Mac, gute Drinks kriegst du überall. Du bist gekommen, weil ich hier den Laden schmeiße. Okay, es stimmt. Ich bin hier, weil du den Laden schmeißt. Und damit ist mein Wissen über dich erschöpft. Wie kannst du so etwas sagen? Niemand kennt mich so gut wie du. So ein Blödsinn. Seit wir das letzte Mal zusammen waren, habe ich kein Wort mehr von dir gehört. Wir wollten miteinander reden. Aber wie nicht anders zu erwarten war, sind wir dort gelandet, wo wir immer landen. Ja, aber es war fantastisch. Ja, es war fantastisch. Ich weiß nur nicht, wieso es passiert ist. Und ehrlich gesagt irritiert mich das allmählich. Gib mir Zeit. Ich kann mich nicht so schnell anvertrauen. Ich habe ein paar schmerzhafte Erfahrungen gemacht, als ich noch klein war und die habe ich bis heute nicht überwunden. Aber wenn es soweit ist, dann komme ich ganz bestimmt zu dir. Wünschen Sie noch einen Drink, Mr. Richards? Und das dabei heraus, wenn man eine Psychiaterin zum Lunch einlädt? Sie ist ständig auf der Suche nach Motiven, die sie mir dann auch noch ins Gesicht sagt. Ich habe sie gestern Abend genau beobachtet und reagiere darauf. Zwischen Ihnen und Ihrer Frau bestehen noch immer lebhafte Gefühle, über die Sie sich nicht Schlüsse sehen. Lebhaft vielleicht, aber wir können sie einordnen. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn zwei Menschen geschieden werden, erledigen sich Gefühle so oder so und wir sind inzwischen schon eine ganze Weile geschieden. Und daher glaube ich, ich sollte mich endlich davon lösen. Ich bezweifle, dass Sie das wirklich wollen. Schauen Sie, Sie sollten nicht glauben, ich will Sophia mit Ihnen eifersüchtig machen, denn keiner weiß, dass ich Sie eingeladen habe und Sie kann es unmöglich herausfinden. Sissi, vorhin als ich herkam, habe ich vier Erwachsene, ein Kind sowie einen Hund angetroffen. Halten Sie es nicht für denkbar, dass einer von Ihnen vielleicht rein zufällig Ihrer Ex-Frau gegenüber unser Treffen erwähnen könnte? Der Hund? Ich möchte Ihnen was verraten. Der Grund für diese Verabredung war, dass der gestrige Abend wunderschön gewesen ist. Und ich habe Sie daraufhin näher kennenlernen wollen. Das schmeichelt mir natürlich. Na gut, dann möchte ich das wiederholen. Gehen wir morgen Abend zusammen essen? Danke, ich glaube, wir lassen das. Wieso nicht? Haben Sie viel zu tun? Einen besonders schweren Fall? Nein. Was dann? Es ist nicht sehr viel los in dieser Woche. Aber ich, äh, ich wüsste nicht, was dabei herauskommen sollte, wenn wir uns erneut sehen. Ich hoffe, Sie wollen mir auf diese charmante Art nicht schonend beibringen, dass ich, äh, schon zu alt für Sie bin. Ich glaube, zu alt wären Sie für niemanden. Darin dürfte nicht das Problem liegen. Und wo liegt dann das Problem? Das Problem ist, dass Sie, selbst wenn Sie es leugnen, noch immer total verrückt nach Sophia sind. Einem Vergleich mit ihr hält keine andere Frau stark. Ach, das würde ich akzeptieren, wenn ich Sie wäre. Vielleicht können Sie sogar eine Lösung finden, wie diese Tatsache für Sie arbeiten könnte und nicht gegen Sie. Willst du Gesellschaft haben? Ja, wenn du eine Schaufel bei dir hast und mich aus meiner Trübsal auskrebst setzt... Was ist passiert? Ach, bei uns hängt der Haussegen etwas schief. Da kenne ich mich aus. Das geht an die Nerven. Manchmal kann ich Augusta nicht verstehen. Ach, ich erwarte ja nicht von ihr, dass sie automatisch alles vergibt und vergisst, was geschehen ist. Das nicht? Sondern? Hm? Augusta und ich sind zusammen und auch wieder nicht zusammen. Manchmal denke ich, wir hätten uns versöhnt und dann ist mir, als lieften wir auf verschiedenen Planeten. Ist dir nicht aufgefallen, dass es dir wie mir ergangen ist? Genau das habe ich mit Cici durchgemacht. Über ein Jahr. Hast du dich jemals gefragt, was aus uns geworden wäre, wenn wir zwei geheiratet hätten? Natürlich. Aber als du vor kurzem wieder auf der Bildfläche erschien hast, dachte ich mir, es war besser, es sein zu lassen. Wirklich? Ja, du hast recht. Du wurdest Cicis Frau, ich habe Augusta geheiratet und keiner von uns ist noch mit allen der beiden zusammen. Genau. Aber du und ich, wir sind Freunde. Das ist wahr. Und ich kann einen Freund brauchen. Du hast noch viele andere Freunde. Nicht nur mich, sondern auch Cici. Stell dir vor, er ist ein Freund. Ich kann es kaum fassen. Ich dachte, ihr würdet euch hassen, solange ihr lebt. Aber das hat sich völlig geändert. Wie hast du das geschafft? Ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich wissen willst. Und ob? Was ist passiert? Ach, gar nichts. Das war schon seit Jahren fällig. Genügt dir die Antwort? Komm schon, Lein. Spann mich nicht auf die Folter. Wenn er mit dir nie darüber gesprochen hat, hatte er bestimmt seine Gründe. Was für Gründe? Hängt euer Waffenstillstand etwa mit mir zusammen? Oh ja. Dieser Brief. Du hattest mir damals geschrieben, du würdest dich für Cici entscheiden. Diesen Brief habe ich ihm gegeben. Du weißt auch von dem Brief. Wende in meinem Leben. Es tat sehr weh. Aber um ihn einfach wegzuwerfen, war er mir zu wichtig. Sag mal, wäre es möglich, dass du es immer noch nicht weißt? Was denn? Weshalb ich ihn geschrieben hatte. Was sollte ich anderes annehmen, als dass unsere Affäre zu Ende ist und du die Braut von Cici wärst? Ach, Lein. Wenn ich so weise gewesen wäre. Aber das war ich nicht. Ich habe dir geschrieben, weil ich dich eifersüchtig machen wollte. Und weil ich annahm, du packst mich bei den Haaren und schleifst mich wieder zurück. Was? Ich hatte mir die Szene genau ausgemacht. Du solltest rüberkommen und mich dazu bringen, dir die ganze Wahrheit zu sagen, dass ich nur dich liebe. Dann würdest du Cici triumphierend ansehen und mit mir weggehen. Ich war so verzweifelt. Aber ich konnte es nicht. Ich war nicht fähig, diesen Mann zu verlassen. Deshalb wollte ich, dass du für mich entscheidest. Es wäre besser gewesen. Das wäre sowas wie ein Feuerwerk geworden. Und ich liebe Feuerwerk. Nein, nein. Es war gut so. Es war gut, dass du es nicht getan hast. Warum denn? Das werde ich dir sagen. Ich hatte Probleme zu bewältigen, die ich lange Zeit verdrängt hatte. Und ich musste erwachsen. Dann war es verdammt gut, dass ich nicht zwischen den Zeilen gelesen habe. Es tut mir leid, dass ich dich getäuscht habe. Ach, der Zweck heiligt die Mittel, sagt man ja wohl. Tut für dich das Richtige. Selbst wenn du Porzellan zerschlägst. Wie finde ich denn das? Ganz wie in alten Zeiten. Was meinst du? Sophia ist mit Lionel hier. Sie hatten meine heiße Affäre. Das habe ich dir doch erzählt. Ich hatte das Gefühl, dass da immer noch was läuft. C.C. hat sich schon einmal aus diesem Grund fast von ihr getrennt. Aber C.C. und Sophia sind geschieden. Sie haben sich denen nachgedrückt. Ich meine doch früher, am Anfang ihrer Ehe. Damals waren die Kinder noch klein. Dieser Lionel kam daher und sie haben sich Hals über Kopf verliebt. Aha. Sie hatten eine wilde Affäre direkt vor C.C.'s Nase. Und deshalb hat C.C. ihn 20 Jahre lang gehasst wie die Pest. Hm. Nun ja, ist schon klar, was Sophia an Lionel findet. Der Mann sieht gut aus. Ich glaube, selbst ich könnte mich für ihn interessieren. Mutter, bitte sei so lieb und vergiss es wieder. Was wir wollen, ist, dass Lionel sich erneut für Sophia interessiert. Wieso? Weil wir dann etwas Brauchbares gegen ihn in der Hand haben, falls er uns durchschrauen sollte. Dann drohen wir damit zu C.C. zu gehen und auszuplaudern, was wir wissen. Und dann haben wir ihn dort, wo wir ihn hinhaben wollen. Hören Sie zu, wir sind amerikanische Staatsbürger und haben das Recht, unsere Botschaft anzurufen. Die Botschaft, verstehen Sie? Dann spar dir das, Kelly. Sieh's mal so. Hier drin haben wir es wenigstens schön warm. Ja. Das ist nicht alles, was wir haben. Dieser Duft. Ich gratuliere dir. Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich gratuliere dir? Da wird dir doch sicher was Besseres einfallen. Was ist mit dir los? Nichts, gar nichts. Ich bin verdammt stolz auf dich. Du hast es geschafft. Und ob ich es geschafft habe? Nicht mal, als er merkte, dass ich meinen Kaffee mit Zucker trinke, wurde ich nervös. Wie bitte? Oh, Quinn, wie oft muss ich dir noch sagen... Halt den Mund. Er hält mich immer noch für Robert Barr. Keiner wird das bezweifeln. Und wenn Robert irgendwann schnallt, dass tausend Dollar von seinem Bankkonto verschwunden sind, wird er nicht mehr in der Lage sein, etwas dagegen zu tun. Das schwöre ich dir. Kein Grund zur Aufregung. Stress, Depressionen, kein Problem. Für jedes Seelenweh gibt es eine bunte Pille. Doch diese chemischen Keulen haben Folgen. Sucht auf Rezept ist deshalb mein Thema heute, 15 Uhr. Bis zum nächsten Mal.